Musik Seit einigen Jahren setzt sich die Erkenntnis durch, wie wichtig doch der Darm für unsere Gesundheit ist. Was macht er den Darm so bedeutsam? Der Darm ist deshalb im Zentrum der Gesundheit, weil der Darm von Alters her ein Zentralorgan von Wohlbefinden und Störungen und Krankheit ist. Das haben schon Menschen wie Hippokrates erkannt. Damals hieß es schon, du bist, was du isst oder der Tod sitzt im Darm. Also es gibt viele Dinge, die über den Darm gesteuert werden. Das weiß man schon lange, die Menschen wissen das schon lange. Und wir wissen heute im wissenschaftlichen Zeitalter, dass zum Beispiel 80 Prozent oder 70 Prozent unseres Immunsystems im Darm ist. Es gibt inzwischen auch Formulierungen wie das Darm-Hirn. Warum? Weil mehr Nervenzellen im Magen-Darm-Trakt sind als im Gehirn. Das muss man sich einfach auch mal überlegen. Es gibt auch diese Formulierung, ich habe es aus dem Bauch heraus entschieden. Da ist auch die Interaktion zwischen Hirn und Bauch. Also der Darm ist ganz, ganz wichtig, einmal im emotionalen Bereich. Wenn ich zum Beispiel ein kleines Mädchen habe, was Bauchweh hat, immer wieder Bauchweh. Und der Psychosomatiker sagt, ja, das ist ein kleines Mädchen, die sind ja alle so sensibel. Und wenn ich dann genau gucke, aus meiner Sicht, dann ist das Kind eben falsch ernährt worden und isst was, was ihm nicht gut tut. Ich sage mal, die schönen Überraschungseier und ähnliche Dinge, das macht Bauchweh. Und wenn da noch ein bisschen Stress dazu kommt, dann leidet so ein kleiner Mensch. Das ist ein Aspekt. Dann mache ich in der Praxis Applied Kinesiology, ein amerikanisches Muskeltestverfahren. Und da haben wir Verknüpfungen der Muskeln über Meridiane zu Organsystemen. Und da gibt es eine ganze Reihe Muskeln. Zum Beispiel, wenn ich hier den Oberschenkelmuskel anfasse, das ist ein Dünndarmmuskel. Das heißt, wenn der Oberschenkelmuskel mit dem Dünndarm verknüpft ist und der Dünndarm ist gestört, dann ist es logisch, dass ich auch beispielsweise Knieprobleme bekommen kann. Also es gibt viele Interaktionen von innen nach außen oder von außen nach innen. Das kennen wir bei Wickeln und ähnlichen Geschichten. Der Darm ist einerseits ein Verdauungsorgan, ist andererseits ein Resorptionsorgan. Und wenn Sie chronisch kranke Menschen haben, dann haben die in 100 Prozent der Fälle einen kranken Darm. Fallen Ihnen noch andere Beschwerden ein, bei denen man hellhörig werden sollte und auf seinen Darm achten sollte? Also bei Neurodermitis beispielsweise sollte man immer an den Darm denken. Man sollte aber auch bei Wirbelsäulenproblemen an den Darm denken. Man sollte bei Gelenkstörungen an den Darm denken. Was kann man denn für den Darm vorsorgend noch tun? Vorsorgend für den Darm kann man sich immer gesund ernähren. Wenn man es verträgt, sollte man zum Beispiel regelmäßig milchsaure Dinge essen und zwar im vernünftigen Zustand. Also zum Beispiel Joghurt oder Dickmilch ohne Zusatzstoffe, ohne Aromastoffe, dann bitte mit frischem Obst oder mit einer guten Bio-Marmelade und ähnlichen Dingen. Aber auch Sauerkraut und natürliches Sauerkraut biologisch. Das Interessante ist, die meisten Menschen, ich sage mal 80, 90 Prozent in Deutschland, die Sauerkraut essen, essen ein saures Kraut. Das hat aber mit Sauerkraut gar nichts zu tun, weil es mit Essig aufgefüllt wurde. Es hat überhaupt keine verdauungsfördernde Funktion. Es ist halt saurer Kohl. Und wenn ich den natursauren Kohl, das richtige Sauerkraut, nehme, dann habe ich sehr viel Vitamin C drin, weil die Bakterien Vitamin C entwickelt haben. Dann habe ich die Milchsäure drin und dann habe ich Faserbestandteile, die ich natürlich auch in dem anderen Kohl drin habe, habe ich Faserbestandteile, die Futtermittel in Anführungsstrichen für Symbionten sind, also für Keime, die unsere Gesundheit im Darm unterhalten. Und was leider vergessen wird, ich habe kürzlich einen Vortrag über Symbionten gehalten bei Gynäkologen, bei einem Gynäkologentag. Und da bin ich über eine Studie aus den USA gestolpert und da sagt der Kollege, ein berühmter Professor, wir vergessen heute alle im Medizinbereich, dass die Bakterien, die wir im Darm haben, viel mehr sind als die Zellen, die wir im Körper haben. Und dass die Bakterien im Darm einen viel größeren Einfluss auf die Gesundheit haben, als alle Zellen, die der Körper sonst mitbringt. Dieses Wechselspiel ist ganz wichtig und das ist bisher in weiten Bereichen überhaupt nicht erkannt. Sie empfehlen eine Darmsanierung. Was ist denn überhaupt eine Darmsanierung? Eine Darmsanierung ist primär Zufuhr lebensfähiger Keime, die wir in bestimmten Darmabschnitten brauchen. Und die Darmsanierung werden inzwischen in, ich weiß nicht wie viele Variationen gemacht, es wird alles Mögliche angeboten. Meine Erfahrung ist in mehr als 30 Jahren Naturheilkunde, man muss den Körper erstmal vorbereiten über eine Entgiftung, über eine Abdichtung auch der Darmwände. Darmwände, das Stichwort ist leider alles Englisch, Leaky Gut, der durchlässige Darm, der leckende Darm, der dazu führt, wenn sogenannte enge Verknüpfungen zwischen Zellen, wenn die geöffnet sind, dass zwischen diesen Zellen in die Schleimhaut, unter Gewebe sozusagen Giftstoffe eindringen, aber auch Verdauungsbestandteile eindringen und so weiter, die dann Leberstoffwechselstörungen machen können, die Allergien mit auslösen können und und und. Also deshalb ist meine Erfahrung und meine Arbeitsweise seit mehr als 20 Jahren erstmal den Darm abdichten, entgiften den Körper vier Wochen lang etwa, dann eine Dünndarmsanierung, also nicht gleich alles, dann ist der Körper auch überfordert, dann erkläre ich den Patienten gelegentlich, die, wenn sie zum Beispiel chronische Durchfälle haben oder Übelkeit, sie haben irgendwas Falsches gegessen. Es kommt kein Mensch drauf, den Rhein, wenn er von Zibar Geigi zum Beispiel oder von Bayer oder von wem auch immer vergiftet worden ist, im Rahmen eines Chemieunfalls, den Rhein aufzustauen, in der Hoffnung, das wird sich dann erledigen. Wenn Ihr Darm so ist, dass Sie Durchfall haben, Brechdurchfall, ganz schlimm, Montezumas Rache oder die Rache der Pharaonen oder was auch immer, dann bekommen Sie eine Pille oder drei Pillen, die hinten zumachen. Das ist völlig krank. Die ganzen Giftstoffe, die Sie im Darm haben, müssen Sie dann über die Leber resorbieren, müssen Sie da entgiften, müssen Sie über die Niere ausscheiden. Und ich sage immer, ein Magen-Darm-Trakt ist wie ein Fluss, deshalb habe ich den Rhein eben angesprochen. Der wird von der Quelle bis zur Mündung saniert. Das heißt, wenn ich Durchfall habe, Wasser, 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 eventuell Elektrolyte, also Mineralien wie Magnesium und Kalzium, aber auch Zink und B-Vitamine und so weiter, Kalium dazu. Und wenn ich das von oben gebe und wenn ich dann noch Symbionten dazu gebe, da gebe ich auch wieder das 3 Symbiose Plus, bei jedem oder nach jedem Erbrechen und nach jedem Durchfall ein, zwei Kapseln in den Mund nehmen, kauen zwei Minuten lang, dann langsam runterschlucken, dann saniere ich auf dem Wege innerhalb von 6, 8 Stunden, 10 Stunden den Darm und bin nicht drei Tage oder eine Woche krank, weil ich so eine schlimme Darmerkrankung gehabt habe. Und was muss man bei einer Darmsanierung alles beachten? Man sollte sich ganz sicher sauber ernähren. Bei unserer Form der Darmsanierung braucht man keine Zuckerfreiheit. Ich sage immer, wir machen eine Darmsanierung ohne Diät. Heißt gesunde Ernährung, frische Biokost. Gerne, wenn man es verträgt, Obstsorten, Gemüse, Sellerie und solche Dinge. Meinetwegen auch gerne Gerichte, in die man Kurkuma einarbeiten kann, ob das jetzt Reisgerichte sind oder ob das zum Teil auch Süßspeisen sind, die man mit einem arabischen oder indischen Touch versehen kann, indem man Gelbwurz reingebt. Kurkuma ist ganz wichtig für den Leberstoffwechsel, ist ganz wichtig für eine Darmsanierung. Das verändert das Milieu im Darm und unterstützt unsere Symbionten, die ihren Stoffwechsel dann gut entwickeln können. Und das Interessante ist, wenn wir Bifidobakterien oder Lactobacillen geben, die geben Antibiotika ab. Penicillin ist ja eigentlich auch ein Original, ein Stoffwechselgift von Penicillium, also von einem Pilz. Und so hat jedes Bakterium Antikörper gegen andere Bakterien. Und diesen Mechanismus machen wir uns zunutze, wenn wir eine Darmsanierung machen, wenn wir das Milieu verändern wollen. Und es ist ganz interessant, wenn Sie in den Garten reingehen und ein Beet sauber machen, was vorher verunkrautet ist. Wenn Sie da nichts Vernünftiges reinpflanzen, was sofort wachsen kann und gucken sich nur den Acker an, Zustand nach Antibiotikum, sage ich dann beim Darm, dann dauert es drei, vier Wochen und dann ist das ganze Beet wieder verunkrautet, obwohl Sie es schön sauber gemacht haben. Wenn Sie aber gleich was Vernünftiges reinpflanzen, was wachsen kann, was Kraft hat, was sich entwickelt, dann werden die Lücken geschlossen, der Boden wird bedeckt und Sie haben ein wunderschön blühendes Beet und ich habe zu Hause einen sehr schönen Garten ums Haus rum, um die Praxis rum. Und wenn Patienten dann neu reinkommen und sagen, oh, Sie haben ja einen tollen Garten, dann sage ich, so schön wie mein Garten blüht, so schön können Sie auch aufblühen, wenn Sie sich vernünftig ernähren, wenn Sie sich vernünftig verhalten, wenn Sie gut substituiert werden. Und wenn Sie sich vernünftig ernähren, wenn Sie sich vernünftig verhalten,